So, und wieder mal ne Slam-Messe-Folge, da rennen sie schon rum. Ich schreib mal einfach. Nein, der sie ist abgeschmiert. Ja, auf und da einfach auf und auf dem Erfil rum. Hinterm Erfil rennen sie rum. Krass, das ging aber schnell. Wollen wir das Erfil lügen, oder wie? Müssen wir nur irgendwie anschreiben. Sonst bin ich tot. Fies auf die. Nein. Dann nur auf Dennis. Denn Dennis ist der mit der Spitzhacke. Ja, das wird aber ja ein bisschen doof eigentlich zum Anfang. Wir sind gerade im Tower. Dass er sich offline gestellt hat. Wir sind hier im Schreiben. Ja, ja, schön auf dem Erfil rum, glaube ich. Ich muss mich jetzt den irgendwie nähern, ohne dass sie mich abknallen. Gar nicht so einfach. Aber ich glaub, die haben keine Mose. Wir sind draußen ein bisschen noch beim Hochstand. Hm, spawnen 26 Sekunden. Wende, ich komm auch gleich. Hallo, 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 hallo. Bist du tot? Jörg. Dann zeigen wir denen die geballte Macht der AKM. Oh ja. 1000 Meter. Seerod. Please wait. Also bei mir schmiert der Hesina. Ja. Hatte ich ja auch. Nein. Fängt sich auch nach einer Zeit wieder? Nein. Das ist natürlich scheiße, wenn du im Gefecht bist. Wie sie alle im Teil auf Gefängnis rummeln. Teil wird stoppt. Wo sind sie? Äh, im Tower. Sorry. Fängt. Hm, der Silver ist leer geworden. Klang ist auch runter. In welchem Gefängnis sind die denn jetzt? Ne, aber im Tower. Gehst du da hin? Ich muss mich langsam vorbeugen, ja. Bist du auf dem Server? Green? Ne, ne, ich muss jetzt für sie zuerst mal sterben. Ich warte dann noch mal auf dich. Ich warte dann noch mal auf dich. Sind nur die hier oben? Auf dem Erfind? Aha. Hier oben, der Wald sieht ziemlich leer aus. Dann kann ich zum nächsten Steam-Dings abstimmen und dann kann ich mitpanelieren. Hallo. Hallo. Braucht ihr was? Nicht schießen, don't shoot. Hey, nicht schießen. Hallo. Warum schießt ihr denn? Nicht schießen. Alter, kommt schon. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Hey, ihr kennt mich doch. Das ist nicht schießen, komm. Tommi, wie fliegt du da hin? Ja. Ja, da fliegt es gleich da hin. Brauchst du was, Dennis? Ja. Alles klar. Das meinte ich bin gleich da. Braucht ihr Munition oder sowas? Das ist ein typischer Tommi. Haben die eine M4? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ne. Also, irgendwann ist gleich der Tommy und dann sagt der Dennis R. Und dann sagt er so, ja, ich hab mich eigentlich gerecht. Nein, noch was zu essen brauchen. Ich hab auch noch einen kaufen. Braucht ihr ein bisschen Loot oder nix? Alter, wie ihr auf mich schaut. Ja, der Z will nicht. Wieso? Warte auf, Forst. Ich stehe neben. Ich stehe neben dem Dennis. Nein, der ist ein Armin-Ding-Arm. Ah, jetzt gehts. Ich weiß, der Tommy noch lebt. Mhm. Ja, das war noch. Da schießt doch gleich irgendjemand aufm... Haben sie schon. Der schießt dich doch gleich und dann sagt er, ja, endlich hab ich gerecht. Glaub ich nicht. Umdrehen, umdrehen. Umdrehen, hallo. Warte, ich schieß jetzt mal aufs Gefängnis. Ach, da nein. Was wollt ihr denn machen? Alles zerlegen, oder was? Ist nur der Green. Der Swiss für die... Sag mal Swiss. Bei Green checken sie nicht. Der Swiss. Schießen die zurück? Ja? Keine Ahnung. Wohin schießen die denn? Da ist der Green. Vielleicht schießen die aufm Toymure und sagen und dann freut sich der... Und ich fang hier auch. Ja, wir sind da. Das Leben ist auf der Spur. Hey. Da drin. Ich sag, die schießen gleich aufm Toymure und dann... Oder aufm Green und dann schießen sie auf den Toymure und dann freut sich. Ja, vorher gehen wir runter. Dann ist voll. Okay. Wer ist der hier? Du Familie. Was machen die da drin? Ich geh mal zum Sari. Ich leg mich unten vor das Gefängnis und schieß auf die Tür. Seid zu krank. 3 Stunden pro Action. Was machen die da drin, Tommy? Ist das Le Messe? Ihr müsst aufpassen, schießen. Ja? Die schießen. Die haben die ganzen Tower eingenommen. Tower? Mhm. Ich dachte, er ist ein Gefängnis. Nee, nee, Tower. Ah, ich hab aufs Gefängnis geschaut. Tower, oben. Da ist auch keiner dran. Wartet ihr noch auf was? Oder braucht ihr was? Bisschen Munition? Wann sie die AKM sehen wollen? Tommy? Mhm? Frag mal, ob sie die neue AKM sehen wollen. Der Tennis steht da unten rum. Die antworten nicht grad. Ne, überlegen wahrscheinlich, ob sie den Server wechseln sollen. Der war gut. Frag mal wegen der AKM, dann antworten die sicher. Das sind keine anderen Spieler, Tommy. Ich hab davor schon runter gesnipert. Außen wo bist du? Ich bin jetzt beim Prison. Du musst aufpassen, die knall ich sofort ab. Auf mich haben sie auch voll geschossen. Wer hat da geschossen? Ich glaub... der Tommy. Sitz'n die unten im Prison oder was? Ähm, Tower. Wie sind du, Tommy? Ich bin unten im Tower. Wo sind die? Oben im Tower ist Tommy und Benny. Und die anderen. Denn das war noch in dieser kleinen Nische da beim Prison. Aber jetzt ist er weg. Ich bleib jetzt mal bei dir. Ausmo, bist du? Ich bin in diesem kleinen Schuppen hinterm Tower. Soll ich zu dir kommen? Kannst du? Da sitzt einer... ... oben im Zwischenstockwerk mit der Spitzachse. Das ist glaub ich Dennis. Nee, es ist Slammassive. Achso. Naja, es sagt halt eben nicht, komm jetzt aber vorbei. Green und noch jemand kommen jetzt rein. Tun euch nichts. Also nicht schießen. Warte, ich mach einfach die zweite Tür auf. Warte mal. So. Alter, der schießt. Der Wichser. Nicht schießen. Ist der Green. Der Swiss. Ja, der hat aber geschossen, der Wichser. Schieß gleich zurück. Sag ihm das. Ihr sollt nicht schießen, sonst schießt der Green Swiss zurück. Hast du gerade hochgelaufen, Tommy? Ich hab ne AKM. Wir haben keine Chance. Draußen kannst du mir eine Salim weggehen. Seit wann hat man in Math-Fact einen Weibchen-Drucker? Du bist nicht! Ich dachte immer, männlich. Man könnte die nachstellen. Und man könnte auch weibchen machen. Und man kann auch männliche spielen. Also hä? Na komm, die kommt rein. Weil ich... ich... ist das komplette... Nee, nur mit... So. Kommst du? Hm? Hm? Moment, ich komm zu dir rein. Pass auf, Porn. Ach, passen die auch noch sonst. Lass uns da reingehen. Ich hab sie hingeschossen. Hast du Schaden gekriegt? Schon, ne? Ah, Gott. Hier sieht man, dass die MSFQ ist nicht fremd, die sie schießt auf Unschuldige. Hallo? Hm, jetzt komm her. Wo sind die ganzen Mosinzellen? Ich kann das Ding nicht aussahmen. Was ist in der Hand von mir? Wer sitzt da unten? Wer ist das von unten? Hey! Wer hat da geschossen? Ich. Warte. Wer ist da? Mit dem blauen Helm hat da jemand geschossen. Ja sag mal, die sollen mit dir reden. Die antworten ja nicht. Schreib doch einfach mal unten den Text rein. Sorry. Das kann ich sogar lesen von hier. Da kommt einer von hinten mit blauem Helm. Ja, der meint sich. Da müsst ihr aufpassen. Schieß auf den. Von wo? Der schießt auf mich. Der ist hinten, hinter nem Tower. Wo? Hinterm Tower ist der. Wo bist du? In dem Gebäude hinterm Tower. Bist du? Ja, ich hab auf den geschossen, aber nicht verwischt. Der ist. Hier. Wollt ihr die jetzt austischen oder was? Hallo, der darf... Pass auf, hinter dir die Tür geht auch auf. Green. Ja. Könnt ihr die von oben abschließen, ne? Ich hab die so leicht im Blick. Wen denn? Mit der Spitzhacke. Und dich. Und mich. Hab ich mir schon gedacht. Ich mach grad schöne Fotos. Der schießt hier gleich, wenn die nicht... Wenn der jetzt mit dem blauen Helm Curry ist. Gleich ist es. Wo war'n der? Der stand direkt gegenüber. Raus aus der Tür und hat da in das Fenster reingelookt. Also der Welle hätte dich fast von hinten her geholt. Ja? Ich? Ja. Du standst da neben dem Tower und der stand da hinten. Der schießt jetzt alle gleich. Alles konnte ich eben auch noch lesen. Alles konnte ich eben auch noch lesen. Hatte, wo sie Angst haben? Ich hab mich auch nicht gesehen. Geil. Die wollen Action, jetzt haben sie Action. Also im Tower sind nur die beiden von Slamassive. Noch einmal und dann ist nix mehr freundlich. Wo sind denn die anderen? Wer hat da jetzt geschossen? Hat wer reingeschossen? Wohin? Hast du das? Alter. Warum schießt du? Wann ich nicht? Hat er geschossen? Tommy? Ne, ich weiß nicht. Das war einer von Slamassive. Der hat aus dem Fenster raus geschossen. Ja, der hat genau zu uns reingeschossen. Schießt mal nicht auf die. Das sind unsere Leute. Ich werde auf den schießen jetzt. Ganz ehrlich, der hat jetzt zwei mal auf mich geschossen. Wenn nicht einmal. Nicht schießen, der ist der Green Swiss. Den kennt ihr doch aus der letzten Folge. Ah, da kommt einer. Da kommen sie in Tower hoch. Sind sie alle in Tower? Hey ho! Ist der Saratza auch da? Wo beim Tower sind die? Ist der mit dem blauen Helm jetzt dabei? Ja, der kann die ganz kompletten Tower zumachen. Lassen sie dich rein und uns schießen sie. Wir gehen gleich die Leiter hoch und dann holen wir uns die von oben. Säufig. Also eine schaut die immer aus dem Fenster raus. Ich sage, lasst die mal reinkommen. Es sind nur zwei von mir. Sie wollen doch nichts tun. Die looten euch. Wir geben euch nur Loot. Sind das zwei von euch? Okay, dann lasst die rein. Ja. Okay, ihr könnt kommen. Also schießt mal nicht. das ist der Curry. Curry darf zurück rein. Wer sitzt denn da am Schuppen. Einer zieht immer noch auf uns beim Fenster. Die sind... Stoppt ey, das sind viel zu viele, man. Die sind hinterm Tower. Sag mal, der beim Fenster soll weggehen. Sonst erschieß ich den gleichen. Es sind nur zwei Leute. Kommt einer. Kommt einer rein. Ja, das sind die. Da hocken die drinnen. Kommt einer rein. Ist das Swiss? Erschieß jeden, der reinkommt. Da hocken die drinnen. Hallo. Nimm doch mal die Waffen runter. Hallo. Hallo. Ich bin nicht so sicher auf mich zu schießen, Jungs. Jetzt sind wir alle in dem kleinen Gebäude. Jetzt sind wir alle in dem Gebäude. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich komme nicht schießen. Dann komme ich so freundlich da an und dann werde ich beschossen. Ach so. Das ist doch normal, dass wir das Thema verstehen. Ach so. Ja. Weil ich hatte euch so schön im Visier. Ich hatte euch so schön im Visier. Und wir haben es wieder geschafft. Würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ich auch. Ich auch. Frauen, ob die Lust haben auf ein Lagerfeuer. Ja. Ja. Ähm. Wollt ihr vielleicht ein Lagerfeuer mal sehen? Ich habe schon ge... Ich habe schon ge... Ich habe schon ge... Ich habe schon wieder geschossen. Wollt ihr vielleicht ein Lagerfeuer mal sehen? Ja. Er schießt da. Das sind die anderen. Weil da war... Einer von uns hätte ein Lagerfeuer dabei, wenn ihr möchtet. Das war ziemlich hell jetzt für ein Lagerfeuer aber... Mal die AKM sehen. Mal die AKM sehen. Mökeri. Mökeri. Wies doch schön aus. Mökeri. Die AKM hier. Ist doch schön. Mökeri. Wie sie... Wie sie alle spotten. Mökeri. Der Saratzer vor allem kann das schon besser. Mh. Wer ist das mit dem roten Rucksack? Dennis. So, dann war das Dennis. Hoppla. Mit dem blauen Hut im blauen Rucksack ist Curry, ne? Ja. Hoffnung. Da war auf jeden Fall ein Schütze, der den Bennier will. Oh. Ja. Okay. Der Benni lebt noch, aber wir sind... Braucht er was? Braucht er was? Warte mal, stopp. Leute, wir rennen ja gerade den Hügel runter mit dem blauen US-Helm. Den haben wir vorhin schon beschossen. Den haben wir vorhin schon beschossen. Den haben wir vorhin schon beschossen. Schießen oder nicht schießen? Schießen. Das ist keiner von uns. Das ist keiner von uns. Der ist feind, oder? Also alle sind jetzt hier, die hier sein müssten, oder? In welchem Baum liegt denn der? Keine Ahnung. Ich geh mal hoch zu diesem Bauwagen. Ah, da hinten? Meinst du den da hinten hinter der Mauer jetzt links? Genau, das scheint der Typ zu sein, der auf dem... Ich schau mal kurz, ob ich den krieg. Wo ist er? Ja, du hast einen Sniper. Ich krieg das nie mehr drin jetzt. Oh. Mit der ARCAM kann ich auch bis 1000 zeroen. Ja, ARCAM kann ich bis 1000 zeroen. Er wird tot sein. Er wird tot sein. Wird ja vorgebrannt. Das ist ein... Zombie. Ach ne, ist das jetzt ein Spieler? Der mit dem blauen Backpack, wer ist denn das? Ist der Feind, oder? Also blauer Backpack, blauer Hut ist Curry. Mit dem blauen UN-Helm, das ist Feind. Ah, du hast ihn. Wo seid ihr? Gut. Ne. Er reint grad da an der Steinmauer entlang. Steinmauer? Wer... Wer Steinmauer? Ist da rechts. Wo seid ihr jetzt? Ganz weit rechts. So. Wenn du hier aus den Augen verloren. Wo ist denn der, Tommy? Ich hab ihn auch aus dem Apfel. Der letzte bekannte Position. Ich glaub der ist weg. Der ist ganz in den Zickzack gelaufen und dann ist er abgehauen. SKS. Achtung Schuss. Okay. Was leiden die jetzt, ey? Green, Tommy, kurze Position. Wir sind noch dort bei Lagerhalle und wir gehen jetzt... Ah, hier seid ihr in der Lagerhalle noch. Ja. So, jetzt gehen wir weiter. Richtung wo? Wir machen ein gelbes Haus. Zum Brunnen. Was meinst du, Saroza? Okay, ich komm jetzt zurück. 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 For more, der hat gerade Curry erlegt. For more, okay. Brauchen die noch irgendwas zu essen? Die haben gerade Curry zerlegt. Ja. Curry ist down. Chant. Läuft da hinten. Zwei Spieler kommen. Das sind wir. Dennis und ich. Ja. Nein. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich kann den nicht ausmachen. Komm jetzt zum Brunnen. Ich kann den leider nicht ausmachen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Der ist weg. Der hat Curry erledigt und es abgehauen. Wo liegt Curry denn? Wo liegt denn Curry genau? Wer ist der, der da zeigt? Dennis zeigt die richtige Richtung an. Da runter irgendwo. Sonst seine Leiche rausziehen. Sonst seine Leiche rausziehen. Seinen Loot wieder hat. Seinen Loot wieder hat. Ich hab irgendwo rechts runterfolgt. Wart ihr das? Na ja. Da rennt er. Da rennt er. Da rennt er. Den Weg hoch. Wo? Richtung. Wo denn? Da hab ich ihn verloren. Da hinten. Da wo ich jetzt hinschaue. Da wo ich jetzt hinschaue. Okay. Da hinten rennt er weg. Ich glaub da ist auch Curry gestorben, ne? Curry gestorben, ne? Vielleicht geht er jetzt kurz zu seiner Leiche. Ja jetzt kurz zu seiner Leiche. Ja, ich seh den. Wo denn? Genau, sag mal an. Ich bin halt den Weg hoch. Ah, ich seh ihn. Ja, ich seh ihn auch gerade. Das ist ja gerade auf der Straße gewesen. Aufpassen. Ja, ich seh den. Der bewegt sich die ganze Zeit. Der will uns nur im Runden. Der ist gerade beim Haus. Der ist hinter die Mauer. Der ist hinter die Mauer. Ja, dem grünen Haus. Und den Klingeln auch. Ich laufe noch mal ein Stück weiter. Rechts hoch. Na, fuck offen. Was zockt ihr, wenn ich kurz bauen darf? Daisy. Ah. Er ist wahrscheinlich ins Haus rein. Bin hier mit nem Benni. Ich stehe in dem roten Backsteinhaus. Ja, der rennt rechts weiter hoch, die Hände an der Mauer. Ich habe ihn gerade am Tor vorbei, hier schon sehen. Okay, warte. Da ist er, ich sehen. Wo ist er jetzt hin? Keine Ahnung. Habe ich ihn schleich getroffen? Wenn möglich. Wollt ihr gerade? Ähm, Erfing. Nordosten. Da oben rennt weiter hoch. Den Hügel hoch. Hm. 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 Green meint, der rennt einen Hügel hoch. Da weiter rechts vom Haus, rennt er hoch. Der rennt da rechts hoch, rechts von diesem kleinen Dörfchen da geradeaus. Der hochrand hinter den Bäumen. Ist er schon an der Kathedrale vorbei? Okay. Sorry, er hat sich schon an mich. Ich bin an dem roten Backsteinhaus weiter rechts, ne? In dieser Bar. Benni steht hier einfach ruhig rum. Ich habe gar keine Ansicht. Das Sache geht erst mal los. Da ist er rechts hoch, Jungs, ne? Aufpassen. Da rechts im Hügel hoch. Da habe ich jetzt hinschauen, das obere Dorf. Habt ihn. Ich sehe ihn nicht. Noch nicht. Ja, nee, es bringt nicht, da hinzuschauen. Da ist er nicht mehr. Er ist weit nach rechts gelaufen. Muss irgendwo im Wald sein. Irgendwo im Wald sein. Ich habe auch nur noch die Beine gesehen voran. Ich halte mir einfach mal an Sachen zu, dass der nicht folgt. Glatt irgendwie. Wenn der vor oben runterzieht, dann sind die leichte Beute. Jetzt gehen sie alle in Deckung. Ich weiß eben noch da, an dem Brunnenhaus da. Wo? Ja, ja. Den nicht mehr. Ich glaube, die formieren sich wieder. Vasari ist gerade weggerannt. Die formieren sich wieder. Kommt mal mit. Hör mal den Dennis. Mach mal hier drinnen Lagerfeuer dann. Wie geht's? Muss ich mit Benni und Tommy los? Nein, ich warte, die Jungs haben die Verbindung verloren gerade. Okay. Wo ist denn der Curry gestorben? Weil dann könnten wir seine Leiche ausziehen. Dann könnte ich sein Loot wiederholen. Sonst verschwindet es ja. Curry. Den Weg entlang und rechts im Weiß waren ungefallene Bäume. Da hast du ja irgendwo gestorben. Aber das ist schwer zu beschreiben. Okay. Also der Typ, der ist nicht mehr da, der ist rechts vom Dorf weiter hoch gerannt. Also der ist vielleicht um Runde der uns. Ich weiß es nicht. Der ist da rechts hoch. Ich habe zwar die ganze Zeit gesagt, aber die haben es gesagt. Wild-Jagd. Wild-Jagd. Menschen-Jagd. Sarazza, hast du diese Waffe schon mal gesehen? Ah, das ist die neue Tommy-Gun. Das ist die AKM, ja. Super cool. 75er Magazin hier. Sieht echt voll nice aus. Sie ist auch gut, oder? Ja, sie ist hammerstark. Der SKS-Money. 75 Schuss im Magazin. Dann zerfetzt du jeden. Mach mal ein Lagerfeuer. Komm, Torsten macht ein Lagerfeuer. Der Torsten macht ein Lagerfeuer. Finde ich aber vom Tommy finde ich auch schön. Das kannst du ganz einfach machen. Sarazza, indem du schwarz und grün auf deine Waffe machst. Da hast du auch dieses Muster. Sieht voll cool aus, so kamouflage-mäßig, ne? Ja. Lagerfeuer. Ich habe hier grüne Spraydose hingelegt, falls du möchtest. Ja, hab eine grüne. So, dann brauchst du eine schwarze Scheiße. Ich habe hier alle im Lagerfeuer erketzen. Und jetzt kommt der Feind und ballert uns alle fünf weg. Ich kann da gar nicht drauf zugreifen. Achso. Ich habe nur Dosen. Ich habe mit dem Steak draufgehauen. Also in zehn Minuten ist das nicht abgabend. Ich habe hier schon falsch nach hinten. Letzte Folge. Deine Antwort ist nicht. Brauchst du noch SKS-Money, Sarri? Ich habe noch welche und ich kann die nicht gebrauchen. Oh ja, SKS-Money würde ich nehmen. Vielen Dank. Okay, liegt da. Denison, brauchst du noch ein bisschen Mosin-Money oder hast du genügend? Vielen Dank. Bitte. Immer wenn ich Hotzecher gehe, bei mir wechsle ich immer die Waffe. Deswegen konnte ich vorhin nichts sagen. Also sorry. Ich habe irgendwie die Taste falsch verlegt. Ja, kein Ding. Pass auf, der Tommy und der Benny kommen jetzt gleich in die Halle. Also nicht erschrecken. Was schießen, wenn jemand in die Halle kommt? Mach die Tür wieder zu. Ja, und wenn jemand anderes kommt, einfach reinschießen. Ja, und wie schaut es bei Curry aus? Ist noch am Laufen, oder? Ja. Der andere macht sich da sein Lagefeuer. Zu geil. Zwingt das Lagefeuer-Lied. Gleich drauf gemacht? Ja, ich habe noch ein Stück gehabt. Das schaut so bescheuert aus. Falt okay. Fake ist gleich fertig. Fake ist gleich fertig. Essenszeit. Ja. Ich könnte euch mal muten, kurz in-game. Ey, das ist ein vollwendiger auf dem Server drauf. Da kriegt in DVD keine Action mehr. Wenn das jetzt kann sie ja reden. Wieso wolltest du mich abknallen? So, äh. Oh, no mieser Hund ist. So ist recht. Jetzt ist sogar der Tommy auf deiner Seite. Ah, er dreht wieder durch. Wir machen jetzt kurz ne Pause. Aber wir zocken die Tage nochmal bestimmt. Okay. Liebe Ruhe aus Los Angeles. Grüße zurück aus Schweiz. Ciao. Diese international Business hier. Haha. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns ja einfach anschreiben. Haben Spaß und einen schönen Tag. Ja. Ja klar, wir können mal checken. Hopp ihr euch anschreiben. Ciao. Tschüss. Ciao. Wir werden jetzt selber welches denn irgendwo anders spielen. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Jetzt alle töten. Oh Mann. Und lockt sich nur Sari aus. Das kann auch sein. Dass nur er weg muss. Das ist ein Friendly-Server. Dennis hat sich auch ausgelockt. Mhm. Ey, alter, der eine Typ hockt in der Wand drin. Pass auf, der kommt von hinten. Der hockt hier in der Wand mit der SKS. Hinter uns ist der Typ, gell? Nur zu einfach. Nimm mal die linke Tür. Ich lock mich auch aus. Scheiß drauf.